Ist doch nicht dein Ernst. Ist doch einfach nicht dein Ernst. Ich brauch doch nur einen Stein. Mistvieh. Wir müssen echt da hinbauen und dann beherrschen wir den Wald. So, jetzt muss ich was essen. Bevor wir losgehen, schlafen wir wieder. Das ist zwar noch nicht Dingens, aber ich muss ja eh noch ein bisschen, müssen wir noch ein paar Steinsperre machen. So, kann ich oder kann ich Kupfer haben? Holzpfeil Kupfersperre. Leinengarn. Ich glaub Steinsperre, konnte ich die hier machen? Nee. Wo war denn das? War das hier? Holzwaffen. Holzspeer. Ein Stamm. Ich brauch einen mächtigen Stamm. Moment, ich wollte doch Steinspeer machen. Hä? Bin ich verwirrt oder so? So. Wo ging denn das? Wo ging denn Stein? Steinwaffen, genau. Leinengarn. Ach, kackt die Wand an. Kackt doch die Wand an. Ja gut, ich mach Holzspeere. Ist ja gut. Ist ja gut. Ist ja gut. Weil hab ich auch noch genug. das kommt weg. Das kann ich hier lassen. Das kann ich hier lassen. so. So. Und Stämme. Also ich wollte 5 bauen. So. Nicht 10. Ich hab den Bär ganz vergessen. Das war natürlich kacki. So. Stein. Nein. Holzwaffen. So. Ja. Dann machen wir halt noch ein bisschen los. Was dunkel wird, lohnt es sich eh nicht mehr los zu gehen. Ah. Gut. So. Dann haben wir jetzt Holzspeere. Machen wir auf die 3. Holzspeere. Steinspeere. Muss die Bettdecke noch los werden. So. Ja ne. So. Schnell noch das Kupfer verarbeiten. Dann wär das auch erledigt. Dann wäre er leveling, das etwas bedeutet. Und ich Emirate, dann bin ich hierです und ein bisschen zu Hause. Bis heute jetzt 2,5 grund geht es nicht mehr. Ich arbeite hier. Und man mandatory du Zeit bist und ist sie schlechter. Und dann gibt es heute noch was zu tun. Also das beknackte Wildschwein jagen. Oh, Näherei. Äh, ich habe keinen Hammer, gell? Das kann ich natürlich da lassen. Die Bettdecke. Stimmt, wo habe ich die Bettdecke her? Ich war doch gar nicht in dem... Moment, hier ist es nicht drin. Und trotzdem habe ich eine Bettdecke dabei. Hä? Es ist... Die ist einfach da reingerutscht. Ich kann mir nicht erklären, wie dauerndes Zeug in mein Inventar kommt. So. Was wollte ich jetzt machen? Achso, äh, Näherei bauen, gell? Dafür brauche ich einen... Hahaha, Mann. Könnten hier die Näherei bauen? Ja? Ist ja jetzt ein Platz frei geworden. So. Hammer. 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 Hammer platziert. Dann... Erstmal gucken, wie groß die Näherei ist. Äh, Produktioner. Oh, die ist ja winzig. Es gibt Hindernisse... Hä, wie Hindernisse? Ist das doof? Achso, der Weg. Zerstören. Ja. Den da bitte. Und den da. Dankeschön. Dann passt das auch wieder. So. So ein cleveres Spiel. Kannst du auch gar nicht. So, dann setzen wir das direkt hier hin. So. Stein. Sammeln wir die kurz? So. So. Ein Stein. Zwei Stein. Drei Stein. Vier Stein. Fünf. Fünf. Hä, ist das nicht tief genug, damit ich sauber werde? Wenn ich in die Hocke gehe? Werd ich auch nicht sauber. Cool. So. Sechs. Sieben. Kurz den magischen Blick. Acht. Nyaung. 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 So. Fundament fertig. Acht Holzstimmer. So. Holzstammen. Acht. Sieben. So. Oh. Kann man nicht verbessern. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich denk mal 9. Guck mal, ob ich richtig gezählt habe, dann Stroh und Stöcker. Ne, ich glaub ich hab richtig gezählt. So. 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 Oh. Jetzt brauch ich neue Stöcke. So. 6, 12. 12 Stückchen ruhig noch. So. 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 Ist der heiß oder kalt? Vor allem wenn der heiß ist, wieso brauchen die denn so viel Feuerholz? Wollen die mich ärgern oder was? Ich habe schon wieder alle Stöcke hier in der Nähe abgegrast. Oh, Mäuche. Ich bin der Stockvernichter. Hm, es sind sogar zwölf. So, was haben wir hier? Kiste. Okay. Spinnrad. Die spinnen doch. Schneidertisch. Webstuhl. Okay. Hier können wir Leinengewebe machen. Entweder aus Schafen oder aus Leinengarn. Entweder Bio oder nicht Bio. So. Dann haben wir hier... Hüte. Hüte-hütehütehütehü. Hüte-hütehütehütehütehütehü. Gurgeln. Cool. Kurzärmlige Tunika. Hemden. Hosen. Wir brauchen schon Hosen. Schuhe. Cool. Handschuhe. Dicke Lederhandschuhe. Boah. Oh, Taschen. Kleine Gürteltasche, Gürteltasche, große Gürteltasche. Kleiner Rucksack, einfacher Rucksack, einfacher großer Rucksack. Gibt es auch komplizierte Rucksäcke? Okay, den großen Rucksack haben wir ja schon. Wir bräuchten eigentlich noch die große Gürteltasche. Zinnbaren Lederleinengewebe. Das ist eigentlich nicht so schwer. Reittier, Sattel, kleine Satteltasche, Satteltasche, große Satteltasche, sonstiges, einfaches Säckchen, Säckchen, Tringschlauch. Okay, dann hier, Leinengarn. Aus Flaxhalm. Ich würde mich jetzt mal, wir haben ja Flax da, aber eben nur drei. Flax. Eine Getreidesorte wird im Sommer gern, wird auf dem Dreschboden der Scheune zu Leinsamen und Flaxhalm verarbeitet. Ach, hier, zwei Leinsamen. Zwei. Im Frühling. Oh, wir machen noch Felder dafür. Leinsamen. Zweimal Flax. Moment. Wie viel Flax haben wir? Drei. Haben wir noch Leinsamen. Nehmen wir noch ein Säckchen mit. Dann nehmen wir noch ein bisschen... So, machen wir mal hier. Zwei Flaxhalm, drei Leinensamen. Dann haben wir jetzt eigentlich fünf. Ne, drei. Moment. Hä? Wie? Drei. Ich hatte doch... Ich hatte doch schon zwei Leinsamen, oder? Ne, drei. Zwei. Oder haben wir nur einen Leinsamen zurückbekommen? Da haben wir noch einen Teitel schon. Flaxhalm. Mit zwei Flaxhalmen können wir nix machen, gell? Hm, mach doch Strom halt da rein. Warum guck ich jetzt hier rein? Ich weiß es nicht. Äh... Ich wollte eigentlich... Hier reingucken. Nein, ich brauch fünf! Okay. Wir müssen schnell ein Feld anlegen. Äh... Flaxhalm. Leinsamen. Ich dachte... Hab ich jetzt verguckt? Hab ich irgendwas fallen gelassen? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. So, Leinsamen. Drei. Cool. Holzsacke. Säckchen hab ich. So. Äh... Hacke. So. Warum machen wir den? Hier hab ich ein Feld. Hier hab ich ein Feld. Ähm. Ein bisschen schmaler Weg hier. Äh... Soll ich die hier so da... Oder hinten dran? Ich könnte es eigentlich dahinter machen, oder? Muss der eigentlich passen. Äh... Gebäude, das... Feld. Eins, zwei, drei, vier. Vier. Nein! Oh, ich... Das ist... Ich... Ich... Mein klickgeiler Finger. Ah, gut. Nein, ja, ja. Zwei, drei, vier. Zwei, drei, vier. So. So. Ich habe nur drei, also ich brauche nur drei machen. Eins, zwei, drei. Moment, da ist das Säckchen. Da ist der Dünger. Ähm. Was war das denn jetzt? So. Ich habe Lust, es wird schon wieder hell. Oh nee, Regen hat aufgehört. Äh, wo ist er denn da? Ich muss dringend noch ins Bett. Ich brauche wieder Leben. Sechs. So. Hafer, Weizen, Dünger, Leinen. Nein. So. Lachs. So, schnell wieder alles loswerden. So. Einmal das. Dann das Säckchen. Mal, ich überholt mal, Holzsperr. Jetzt ab ins Bett. Und vorher noch den Hammer wegwerfen. Hammer weg. So, schnell ins Bett. So. So, ich habe das. Oh yeah. So.